leute 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 und damit herzlich willkommen zu einem neuen video und vielleicht sogar das erste video was er diese woche hier von mir seht und damit einen guten start in die woche denn wir hatten bisher nur den livestream es ist gerade 1944 und das ist eine absolut ungewohnte zeit wo ich eigentlich ein video aufnehmen aber ich drücke das video einfach noch mal rein in dieser woche weil ich mega wichtig finde auch für den weiteren verlauf wie wir über dieses thema diskutieren und es ansprechen denn neues videoverbot jetzt auch in deutschland warum jetzt auch in deutschland wir hatten schon zwei videos gemacht wo einige vereine aus den niederlanden sozusagen ein videoverbot in ihren klauseln und regeln in den vereinsregeln oder gewässerregeln ausgesprochen haben wo man zu den gewässern keine aufnahmen machen darf diese nicht veröffentlichen darf etc wo man irgendwas erkennt das mit dem gewässer auf irgendeine art und weise zu tun hat daraufhin haben wir ein video herausgebracht wie die rechtliche grundlage ist wie haltbar das ganze ist und sowas alles und wo ihr euch selbst einschätzen könnt gehe ich in diesen krieg hinein ist es mir das wert an diesem gewässer dann überhaupt ein video zu machen oder ein foto zu machen oder sonst irgendwas oder gucke ich irgendwie dass ich da irgendwas anders mache und jetzt haben wir nämlich einen weiteren punkt denn ich habe einen einen screenshot oder ein auszug aus den gewässerregeln eines vereins in der nähe von dort mutter halten leute und dort sehen wir auf einmal ähnliche dinge und das öffne ich euch mal hier hier steht zum beispiel ganz oben punkt g keine standort angaben von unseren gewässern oder bilder auf denen gebäude erkennbar sind die auf den standort hinweisen in foro in foren sozialen netzwerken oder anderen app zu veröffentlichen doch ich habe den satzpunkt da vergessen es ist untersagt während der versammlung mitschnitte in bild und schrägstich oder ton aufzunehmen ich meine das ist ja relativ klar ich glaube nicht dass das irgendjemand macht und die weiter angabe von chat verläufen in whatsapp gruppen ist untersagt ja das ist aber wenn ich das mit der whatsapp gruppe von unserem verein ich bin in gar kein doch ich bin dann ein aber nur so eine infogruppe also kann ich nicht sagen wie das da abläuft verstöße dieser art werden beim ehrenausschuss angezeigt okay und hier wurde tatsächlich auch etwas angezeigt und es wurde darum gebeten videos doch vom kanal zu nehmen daraufhin wurde gesagt nee mache ich nicht gab aber keine weiteren konsequenzen erst mal daraus wie es weiter aussehen die person hat dann freiwillig den verein verlassen und ja sucht sich wahrscheinlich 9 irgendwie so irgendwie so auf jeden fall haben wir das hier und ich hatte auch in den kommentaren irgendwo mal bei euch gelesen dass das irgendwo bei euch auch so war schreibt mir doch mal bitte in den kommentare und wenn ihr lust habt ohne irgendwie vereinsangaben oder so dann schickt mir doch mal einen auszug aus euren gewässerregeln indem wir dann mal gucken können ob das bei euch auch so ist auf jeden fall keine standortangaben von unseren gewässern oder bildern ich meine keine standortangaben das kann man ja noch einfach umgehen ich meine das muss man ja auch nicht sagen ist ja auch quatsch ich meine ich mache es auch manchmal leider in den videos und sowas alles aber man kann das ja auch unterlassen oder am ende rausschneiden oder sonst irgendwas aber oder bilder in klammern auf den gebäude erkennbar sind auf den standen weil das ist ja zwar oder bilder in foren sozialen netzwerken oder anderen apps zu veröffentlichen wenn man das klammer auf klammer zu weglässt dann haben wir schon nur dieses bilder in foren sozialen netzwerken oder anderen apps zu veröffentlichen nun das ist schon auf jeden fall ein härterer wunsch dass man hier nicht möchte dass an den gewässern gefilmt oder so fotografiert wird dass man das gewässer wiedererkennt leute dass man das gewässer wiedererkennt ich bin gespannt über eure meinung und ich bin gespannt was ihr in euren klauseln seht ich habe in meiner gewässerordnung noch nichts dieser art stehen habe auch im letzten verein wo ich jetzt sagen mich angefragt habe gab es noch kein problem ich habe extra vorher gefragt ob es ein problem wird meint nee ist kein problem und ich glaube ist noch nicht so schrecklich mit mir oder ich weiß nicht ich weiß nicht in dem sinne leute schreibt immer eure meinung dazu und ich könnte mir gut vorstellen dass ich das in der nächsten zeit in den nächsten jahren monaten vielleicht sogar noch mehr weiter zuspitzt und diese klausel wahrscheinlich des öfteren in unserer gewässerordnung zu finden sein wird in dem sinne leute falls im wasser dickes petri ist alle wichtiges bleibt gesund euer eis hier macht's gut